Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Rage Mode. Ich mach ganz kurz die Musik für den Hintergrund an. So, ähm... Ich bin gerade in der Vorproduktionsphase für die Gamescom. Ähm, das will ich jetzt ein bisschen früher beginnen, weil sonst Stress und bla und sonst was. Obwohl es jetzt auch der zweite Tag nur ist. Wenn jetzt die Gamescom in ein paar Tagen anfängt, das ist heute Sonntag, heißt Mittwochs fängt sie an. Heißt, ähm, ich muss für Tage Mittwoch und bis Sonntag Videos machen. Ich fange jetzt hier einfach schon mal ein bisschen an, damit ich so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen schon mal auf Vorrat habe, damit ich nicht ganz so viel Stress habe für die Tage vorher, dass ich quasi nicht machen muss, wenn ich, ähm, dann Mittwochs hingehe. Dass ich dann am Dienstag dann erst das Video aufnehme und das für Freitag, Sonntag, bla bla. Dass ich nur mal am Vortag das Video aufnehme. Nee, ich will das so machen, dass ich jetzt Videos aufnehme für die ganze Woche. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit zu. Und dann werde ich mal gucken, wie viel ich zusammen kriege. Und ja, für die Gamescom, da werde ich Mittwochs, Freitags und Sonntags, Mittwochs, Freitag, Sonntags anwesend sein. Das wird auch bestimmt, also, ich werde, Mittwochs werde ich hingehen, da hat mich ein Freund zu eingeladen, sag ich mal, bei dem sein Vater da an Karten gekommen ist und, ja, bin ich halt Mittwochs da, gelöhnse. Also da wird wahrscheinlich niemand, kaum einer da sein, halt ist halt dieser Pressetag. Und für ganz besondere Besucher. Und dieses ist ja auch für mich. Heißt, ähm, Freitag und Sonntag werde ich noch anzutreffen sein. Ich denke mal, also, ich werde Mittwochs für sehr wenige, also, okay, das... Oh, scheiße, da kam ja nur mit Messer. Sehr wenige, weil ich denke nicht, dass irgendwie groß jemand eine Karte für Mittwoch hat. Also Wild, das ist doch eigentlich ein Wildcard, ich bin ganz sicher, oder ein VIP-Ticket, was weiß ich nicht alles. Was für Mittwoch geht. Ähm, ich denke nicht, dass viele so ein Ticket haben und dann anzutreffen sein werden. Deswegen bin ich auch noch freitags und sonntags da. Ich werde von wahrscheinlich Mittwoch, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht werde ich hier so einen kleinen Vlog machen, mal gucken. So, was ich einen anderen YouTuber noch finde, so, die anzutreffen sind und alles. Und ja, mal gucken, was ich so, wenn ich einen Vlog mache, was in den Vlog reinkommt, mal gucken. Auf jeden Fall, ähm... Ja, und ob der Vlog kommt, weiß ich auch noch nicht so ganz. Sonst, da muss ich auch erstmal überlegen, ob ich dazu irgendwie Lust habe. Ich denke aber schon. Also es sollte eigentlich jetzt kein Problem werden. Nur ich weiß halt nicht, der wird dann nicht direkt am Mittwoch noch kommen, weil, äh... Ich wahrscheinlich, wenn ich dann wieder zu Hause bemüde bin und alles, bla... Mh, deswegen gucke ich, wann dieser Vlog kommen würde. Einen Moment. Und, konntest du noch... So, geht, geht, den haben wir gekillt. Wow, da war wieder eine Wurfachs. Ähm, wann der Vlog kommen würde, ich denke mal, der wird dann Donnerstags kommen. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich wahrscheinlich Mittwochs nicht mehr die Lust und Zeit haben werde. Also Zeit vielleicht, aber die Lust. Wenn ich dann nachher Gamescom zu Google kaputt bin, werde ich die wahrscheinlich noch weniger haben. Also der Vlog wird eher Mittwochs, äh, wird eher Donnerstags als Mittwochs kommen. Aber wir werden uns ja sehen. Und was ich an dem Tag so mache, muss ich halt auch mal gucken. Es ist halt nicht viel los, das ist halt auf jeden Fall klar. Es wird nicht viel los sein bei Gamescom an, dann kommt mein Go-Pro-Preis-Tag. Außerhalb Presse und so, zum Großteil. Ähm, ja, ähm... So, ähm... Ach, vier Minuten jetzt erst die Runde, krass. Also ich denke mal, da werde ich gut bei durchkommen und alles. Ich werde auch Mittwoch eher den Tag zum Zocken da sein. Weil da halt weniger los ist und alles. Da kann man halt besser, da muss man nicht drei Jahre anstehen, um irgendwas zu zocken. Da kann man dann irgendwie zehn Minuten, was weiß ich, wie lang man da steht. Ich war noch nicht Mittwochs da. Da steht man halt auf jeden Fall nicht so lang an, wie als wenn es ein normaler Tag ist. Dann werde ich den Tag zum Zocken nutzen. So ein bisschen auch nicht komplett. Dann freitags werde ich mit einem anderen Kumpel noch da sein. Was wir da genau machen, wissen wir auch noch nicht. Wahrscheinlich ein bisschen rumzocken, rumlaufen. Und sonntags werde ich wahrscheinlich ganz allein da sein. Da werde ich dann auch mal gucken, was ich mache. Wie ich es mache. Okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an, wie ich es mache und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Sonntags bin ich alleine da. Die restlichen Tage bin ich nicht alleine da. So, okay, den haben wir noch mitgenommen. Also Mittwochs bin ich nicht alleine. Freitags bin ich dann, Sonntags bin ich dann aber alleine. Da könnt ihr ja mich aufsuchen. Vielleicht werde ich ja auch den einen oder anderen Tweet auf Twitter verpassen. Ne, nicht den Tweet auf Facebook, sondern den Tweet auf Twitter. Dann könnt ihr mich da stalken. Dann schreibe ich so ein bisschen, wo ich sein werde. Oder eher gesagt, ich haue irgendwann. Ich mache die nächsten Tage. Ja, das geht ja schwer. Muss jetzt so schnell, ist das Zeit eigentlich kommen. So in ein paar Tagen jetzt mal so ein kleines Infovideo. Ob ich irgendwann irgendwo irgendwie wann wo was und bla, wo ich auf euch sein werde. Wo ich warten werde, oder wo ich warten werde, dass ihr kommt. Was weiß ich nicht alles. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer zweiten Runde Minecraft Rage Mode. Bis gleich. Jo Leute, willkommen zur zweiten Runde Minecraft Rage Mode. In diesem Part, zweite Runde und so. Wir haben ja gerade vor sogar drei Minuten. Okay, das ist für drei Minuten, was labere ich da? Vor diesem Cut über die Gamescom gesprochen. Dazu war jetzt eigentlich ziemlich viel gesagt. Wie gesagt, dazu werde ich noch irgendwo ein Video raushauen. Ich befinde mich halt nur in der Vorproduktionsphase. Da muss ich, wie gesagt, die will ich halt früher anfangen. Nicht echt voll Stress haben und planen. Irgendwie gesagt. Hm. Aber so ein Infovideo nur zu Gamescom, das wird es auch noch geben. Nur wann ich das mache und wie ich das genau aufbauen werde, das weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde mir irgendwie so einen Plan raussuchen, so von wegen welcher Halle wo ist. Dann gibt es ja noch so... Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das machen werde. Aua. 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 Hilfe. Hilfe. So, ähm. Ich werde mir dann so einen Plan raussuchen von den ganzen Hallen, dann... ... also, ne, Halle 1, um es wieviel auch immer. Wo ich dann anzutreffen sein werde, bla bla bla, das kommt alles noch. Wenn ich dran denke. Was ich natürlich hoffe, das wäre irgendwie jetzt bitter, wenn nicht. Also nicht bitter lemon, sondern bitter bitter. Nicht bitter lemon. Und der hängt im Boden. Okay, den habe ich jetzt leider nicht getroffen. Hat es aber gemerkt, dass ich hinterher bin, deswegen ist er kurz schwiegen geblieben. Ähm. Da ist er. Und da ist er tot. Ich habe übrigens dieselbe Village nochmal genommen, weil irgendwie die Rage-Mod-Server haben gerade einen Absparten. Irgendwie der Lettmo-Server 1 und 2. 1-2 voll und 2 weit wieder Village. Irgendwie die anderen bestanden die ganze Zeit Server-Lage. Ich weiß nicht, was da los war. Also jetzt wird hier irgendwie nur Village-Grad sein, die ersten 2-3 Runden. Mal gucken in der nächsten Folge, ob ich die jetzt noch aufnehme oder wann anders. Dann wird wahrscheinlich eine andere Map kommen, was ich nicht genau weiß. Ich kann nichts versprechen. Oder ich werde ganz andere Gameplays machen, wie auch immer. Bin ich mit dir alleine hier? Was ist los mit den anderen, yo? Wo sind die alle hin? So, äh, jetzt im Ernst, wo sind die alle hin? Ja, es sind nicht so viele, habe ich das Gefühl. Nö, es sind aber eigentlich nur 10er Runden. 1-2-3-4-4-7-8. Habe ich mich grad erzählt, ob man das wirklich nur 8? Weil ich treffe nur diesen Heimpikas. Ja. Pikachu und so. Mika, Mika und so, ne? Blabla. Irgendwie sehe ich hier gerade auch gar keinen. Hä? Wo seid ihr alle hin, Leute? Was ist kaputt bei euch? Ja, okay. Der ist in der 3er-Streak. Mein R2 und so. Äh, wo sind die? Hä? Hä? Sag mal, wo seid ihr? Okay, ich wurde grad abgeschossen. Sag mal, jetzt im Ernst, sag mal, wo seid ihr? Jetzt im Ernst, wo sind die? Ich sehe, ich habe jetzt so zwei Leute gesehen. Insgesamt dahinten ist einer. Der ist ja auch nur kurzer Flicken lassen. Nein, das ist noch einer. Okay. Gut. Ich habe jetzt drei Leute insgesamt von 8 oder sowas. Also, abgesehen... Ach du Scheiße! Ich gehe immer so dumm vor. Ich mache immer Bogen, Bogen, Bogen. Das ist so dumm, 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 dumm. Damn, das war jetzt... Ja, das war jetzt einfach nur mega dumm, das mit dem Tod gerade. So, ähm... 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 Gegners? Hallo? Da hinten! Haben sich unsere Pfeile gerade getroffen, sodass sie in der Luft mittendrin explodiert sind? Ist das gerade passiert? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Und im Hintergrund läuft übrigens Musik von Beatery, weil... Musikskills und so halt, weil ich es kann. Und Beatery, schöne Musik macht, zum Minecraft zocken. Boah, Scheiße, diese Combat-Axt war gut geworfen. Nice one. Ich würde einfach Beatery nach guter Musik zu Minecraft zocken und aufnehmen, so zu gebrauchen ist. Ähm... Ja, den Rest finde ich irgendwie jetzt nicht so KST-Beats. Habe ich irgendwie nicht mehr so die Lust zu nehmen. Und Beatery benutze ich, habe ich vorher noch nicht so oft benutzt. Ja, von daher denke ich mir einfach, ja komm, benutze Beatery Musik. Ist auch ganz chillig. Und da wurde irgendwo geschossen und ich habe bald ich auf die Fresse bekommen. Jetzt habe ich hier auch Angst. Ähm... Von wo wurde ich bitte beschossen? Ich fände es hier, glaube ich, in Rage war voll geil, wenn jeder... Wenn jeder Spieler eine Ender-Perle hält. Also wirklich eine einzige. Wenn er Todes kriegt, ist er nicht wieder so eine einzige Ender-Perle. Dann geht man so da oben auf... Hier in Village jetzt beispielsweise da oben drauf hier. So Ultra-Vercampung und so. Das wäre eigentlich voll die lustige Sache. Ich glaube, dann wird dieser Modus nur aus Campern bestehen. Das wäre langweilig. Hier ist doch eben einer hergelaufen. Okay, den kriege ich jetzt nicht mehr. Der ist weg. Was? Von wo? Okay. Gut, ich stelle mich hier gerade irgendwie richtig beschissen an in dieser Runde gerade. Irgendwie... Ah! Okay. Ich drücke einfach zu schnell rechts weg. Ich mache einfach direkt oben. Schon wieder der Fehler. Ich hätte jetzt Combat-Ex genau wie der nehmen sollen. Einfach zack. Boom wäre sie weg. Ich muss mir hier irgendwie... Dieser Hotkeys ist jetzt schon 1 und 3 machen. So, das ist nämlich eigentlich voll die gute Sache. Ja, das Messer ist halt so eine Sache. Das ist... Ja, nicht so geil. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gleich in einer weiteren Runde. Yo, willkommen zur dritten Runde. Minecraft Rage Mode in dieser Folge. Wie spielt diesmal auf der Map Plaza? Ich habe einen anderen Server dafür gefunden. Auf der Map Plaza? Ist das so eine Map von COD? Ist das nicht eine COD-Map? Ich meine, ja. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Was? Wo? Was? Das war aber die Explosion, das war nicht. Oh, ich bin aber gar nicht... Ah, nicht mit dem Gold Bank was mal drücken. Ist das nicht eine COD-Map? Ich kenne mich über sowas nicht aus. Aber ich... Ja, doch. Ich meine das ist so eine COD-Map. Ich will mich da jetzt noch nicht groß dran aufhängen. oder sowas. Letztendsten Slozilla was hier eh scheißen. fuck. So, okay, ich habe es gesehen, das war eine Explosion. Danke! Ich sollte mich erst mal umgucken, bevor ich überhaupt irgendwo hinlaufe. Ey, was war das jetzt mit BAA? Ich bin so wohl geworden. So, ähm. Ja. Bitte. Spiel, kills, ich stehe 1-4. Die Map ist nicht mein Freund. Okay, der ist weggelaufen und der da unten hatte Angst, der, der, der traut sich nicht. Okay, der ist weg, der ist weg, schade. Irgendwo ist noch wer der auf mich schubelt. Ah, da hätte ich anders vorgehen sollen, das war hol. Okay, ich habe mich wieder nicht umgeguckt, das war vielleicht jetzt auch nicht so clever, aber ich komme hier hoch, ich komme hier hoch. Und drehen, und drehen, zack, und... Nächster Camper tot. Nächster Camper! Wuuu! So, okay, gut. Okay, das war jetzt mega schlecht von mir. Das war so schlecht von mir. Der Skill hat nachgelassen, aber ich habe auf 7-6 aufgeholt. Da führte ich am Anfang 1-4 stand. Hat doch geklappt, also... Gar nicht so schlecht. Da oben ist... Der steht da oben noch, der steht da noch. Das habe ich genau gesagt. Tch! Boah! Boah, da habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße! Kam nur, weil mein Messerkind um die Ecke. Oh, geil! Boah! Leck mich doch am Sack! Fuck! Boah! Alter, kommt der um die Ecke und ist da da? Alter! Hui! Ja, okay, klar. Wenn der um die Ecke kommt, ist der da. Das macht schon Sinn. Aber plötzlich so... Wusch ist der... Boah! Alter! Ey, das war krass. Das war krass. Okay, ich bleibe jetzt mal ein bisschen hier stehen. Irgendwie. Ich will hier regenerieren. Boah! Ich bin dumm. Ich bin doch so wohl, man. Oder witz? So, aber die Musik, die motiviert mich weiterzumachen. Das ist cool. Ich habe es nach B2R-Schooling. Ich habe die Axt geworfen. Scheiße. Ich wollte auch gerade schießen, man. Ist doch assi. Ich schie... Acht Zoll. Alter. Krass. Dün, 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 dün. Oh, leck meine Eier, du Sackle. Leck meine Eier, du Sackle. So, okay. Ich denke mal, so eine Folge Rage. Kann man doch noch zu zweit aufnehmen. So ein bluer Camper-Team. Ist doch auch voll die geile Sache bestimmt. So ein Camper-Team so zu zweit. Ich meine, warum nicht? Ist zwar voll assi, aber letzten Endes, ich kann mir das lustig vorstellen. So, okay, jetzt ganz ruhig um die Ecke. Nichts los hier. Naja, der ist so unwahrscheinlich, der ich in den Enten kriege. Also, so unwahrscheinlich ist das scheinbar nicht. Ach, der da oben ist jetzt tot, scheiße. Den hätte ich ja mich noch kriegen können, so. Ganz nebenbei mal angemerkt. Ich hab grad geschossen. Mann, Mama. Okay, und die Runde geht an Candyline. Dieser Name. GG. Oh yeah, GG. So, ich würde sagen, das war es mit der ersten Produktionsfolge für die Gamescom. Die erste Folge Rage Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lass einfach ein Wimpfen, weil ich sieht man die Server geladen. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas ist da kaputt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Jahr, lass einfach einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play Minecraft, Minigames, Rage Mode, Mario Party. What fucking ever. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao.